tachchen ihr lieben herzlich wartet willkommen und herzlich willkommen so ja ich weiß mikro mich nervt es auch aber wenn es vor mir steht habe ich keinen platz zu mischen und ich habe mit dem mikro angefangen ich weiß jetzt gar nicht was hier anders sein soll ich muss es irgendwo haben weil mein ton einfach auch mit dem handy überhaupt nicht übereinstimmt ich habe wenn ich dann hochlade oftmals eine versetzte stimme und dann muss ich das also es ist arbeit für mich ich muss es dann wieder auf dem laptop ziehen und die stimmen spur so ein bisschen korrigieren und dann fällt aber das andere weg ja also egal wie es jetzt mache ob es von da ob es von da kommt oder von da mich nervt es selber aber es geht ja auch hier um den inhalt so und ich werde es noch probieren aber es geht ja alles nicht so schnell wie ihr es gerne hättet denn mein tisch ist eine verschiebbare platte ja das heißt egal wie es bewege selbst wenn ich meine handy kamera umdrehe dann bleibt diese position so ja ich das ist das was man sieht ich kann mit dieser platte hin und her fahren deswegen macht es mir das nicht einfacher gerade ich bin am überlegen aber es nervt mich selbst so ein bisschen ja wir gucken wie was hinkriegen vielleicht geht es jetzt erst mal so wenn es so ein bisschen zur seite steht aber sinn und zweck ist ja auch ein mikrofon vollständig zu benutzen dass da die schöne klangqualität rauskommt ja hoffe ich zumindest weil viele weiß ich die hören das asmr dafür ist es auch wichtig über kopfhörer das ist der sinn und zweck über kopfhörer zu hören so ihr lieben jetzt geht es aber darum für eure botschaft ich werde jetzt erst mal was solltest du vermeiden und was wäre gut und dann könnt ihr für euch selbst entscheiden was hier in diesem prozess oder wofür ihr das annehmt ja verliert weiterhin bitte nicht den verstand durch die karten sondern gewinnt an euren impulsen aber ihr kennt das ja schon auf was solltest du verzichten sagen die engel botschaften jetzt zu der situation vielleicht hast du irgendwas vor kassi bitte nicht beachten ihr leben geht wieder unter frauschen ist im anderen zimmer ich habe sie dreimal gebeten ob sie rein möchte vermeiden bekräftige deine absicht vermeide das bitte ja ich könnte mir das vorstellen das hat damit was zu tun dass du hier ständig eben hin und her ruderst also vermeide dem nach dass du hier ständig hin und her ruderst eben deine absicht zu bekräftigen aber diese nicht einhältst ja das könnte durchaus möglich sein dass du hier hin und her überlegst mal so und das bleibt jetzt so und dann merkst du aber nach einer gewissen zeit oh ich bin rückgefallen ich muss euch sagen es geht hier nicht um mich aber so sonderlich schlimm finde ich es jetzt nicht wenn man hin und her rudert es hat ja nichts unbedingt immer mit liebe zu tun ja oder nicht unbedingt immer mit liebe zu tun es kommt darauf an welche bereiche weil manchmal muss man überlegen ja und das ist ja das auch wieder hat es mehr wert ist es wirklich eine haltbarkeit ist es nur für eine phase und jetzt aber vermeide wirklich diesen prozess hier irgendwo noch mal zurück zu rudern weil es dir wahrscheinlich schwer gemacht wird irgendwie eine klarheit zu finden ja also ich denke ich tendiere da vom impuls einfach und das kommt ja bei mir raus ich denke vermeide jetzt wirklich so situationen wo du immer wieder bekräftigst und dich ertappst hast du ja wieder liegen lassen oder hast du ja doch nicht gemacht ja also irgendwas auf deiner to do liste vermeide jetzt diesen punkt dass du hier hin und her springst sondern bekräftige bitte deine absicht in diesem fall so was solltest du noch vermeiden wollen wir mit den kipper rein mit den kipper karten vermeide folgendes wirbelwind angenehme briefe vielleicht in der erwartung vermeide erwartung dann wird es nämlich reinkommen ja was noch warum fliegen die heute so lol ey der stapel ist wirklich ja auch wenn ihr meine tischplatte nicht seht mein stapel hier war nichts vorgelegt ich schwöre auf meine kinder ja das ist es ergibt für mich auch ein sinn vermeide bitte das erwarten von angenehmen botschaften jeglicher art weil umso länger zieht sich dieser prozess einfach wirklich hin ja umso länger musst du hier warten um so länger dauert etwas und deswegen bleibe einfach ich glaube es hat wirklich sehr viel mit deinem standpunkt generell zu tun egal wie es kommt und was kommt bekräftige erstmal mit einem schritt deine absicht und dann erwarte nichts mehr natürlich wird da was reinkommen ja natürlich wird da etwas passieren aber dadurch dass du den prozess wahrscheinlich immer wieder hin und her gerudert hast ist hast du dir das selbst schwer gemacht mit dieser erwartung dass angenehmes überhaupt hier kommen kann ja du hast dich für eine bestimmte sache festgesetzt und das bitte vermeide so zu guter letzt was solltest du noch vermeiden weil ihr macht ja viele prozesse durch in den gedanken des anderen rum zu krauchen bitte ja es geht hier um dich natürlich kannst es jetzt nicht per knopfdruck abschalten aber ich denke es hat auch sehr viel mit bekräftige deine absicht zu tun wenn es nicht für eine person ist dann münzt euch das bitte um für einen bereich nicht ständig das als hauptthema nehmen wann kommt meine bewerbung wann kriege ich bescheid wann ändert sich was wann ja ihr habt etwas gemacht ihr habt das bekräftigt mehr könnt ihr nicht machen und sofort wieder raus aus der situation damit ihr hier nicht in der erwartung mit diesem angenehmen wann kommt das angenehme und dahin wo ihr wahrscheinlich sehr stark immerhin tendiert zu denken damit ihr da so ein bisschen die leine locker lasst ja für die prozesse die natürlich auch auf euch warten so dann gehen wir rein was sollst du machen jetzt kennst du erst mal deine vermeidungspunkte für morgen also ich sitze am mittwoch und ihr seht das dann am donnerstag aber wir haben es jetzt schon fast 8 uhr also 20 uhr nur dass ihr wisst vielleicht hat so ein gefühl gestern schon angefangen wenn ihr das guckt ja wir haben heute mittwoch abend was solltest du stattdessen machen ja positiv denken ja ja positiv denken darauf konzentrierst du dich bitte so dafür nämlich jetzt die tarot karten sind 78 stück wenn mir nicht irgendwo eine wieder runtergefallen ist aber ich bin mich ja dann immer an was sollst du dich halten also vermeiden haben war und was sollst du dich halten gucken wir mal so meine tochter kommt und mir fliegt der ganze stapel gerade weg ich fange nochmal von vorne an weil das war so ein bisschen überklebend wir haben sechs der münzen die prozesse hier ein wo du eine ergänzung erhältst ja mache bitte nur dinge wo du weißt das erfreut dich da kriegst du was zurück da kommst du wieder runter da kommst du wieder zu dir an und für mich ist es schon fast so wenn du aus dieser erwartung rauskommst oder aus diesem gedanken strudel der wirklich nur diesen bereich ja so so den du nicht mehr raus bekommst die person die gedanken der person oder auch eben immer dieses hindenken mensch wann kommt denn was und ja guck wie du dich ergänzt guck was dir freude und liebe und harmonie wieder zurück gibt eine ruhe den druck mit sechs der münzen runter bringen ich sage du hast alles getan ja jetzt sind die anderen dran du musst hier in mehreren prozessen gar nichts machen konzentriere ich bitte auf dein eigenes ja wo du am ende des tages sagen kannst mensch das hat spaß gemacht oder ich war produktiv oder habe endlich mal wieder sachen angefangen die ich liegen gelassen habe was noch sechs der schwerter kümmer dich um die aufarbeitung kümmer dich um das was dir gehört und nicht um das andere wo du in der ersten linie drin steckt hast ja diese gedanken oder diese prozesse die andere für dich bearbeiten oder die jeder für sich im kopf hat das ist nicht dein bereicher also sozusagen hört sich jetzt ein bisschen grob an aber finger weg aus den fremden bereichen lass arbeiten du hast gemacht mehr geht nicht ja du solltest sich hier wirklich auf deins konzentrieren weil da gibt es wahrscheinlich noch kleine sachen die du abzuarbeiten hast ja oder die du einfach machen möchtest investier hier komplettes ja investier hier die ganze energie und nicht in fremden situation oder fremden bereichen rumrühren ja weil das ist das ist nicht produktiv du erhältst dort einfach nichts ja du solltest sich hier wirklich um deins kümmern gucken annehmen wir haben ritter der schwerter annehmen ein bisschen forschadier in den popo treten ja sage ich mal so das ist für dich die eigene der eigene portrait der ritter der schwerter das ist wie so boah jetzt komm mal aus dem hintern ja du hast dir irgendwas schleifen lassen die ganze zeit jetzt musst du dir mal selbst so ein bisschen zugestehen wenn du hier resonierst natürlich nur werd mal wach ja jetzt ist so die die lümmel phase vorbei vielleicht hast du so ein ritual oder so ein trott hier schon angewöhnt der einfach jeden tag ist und jetzt musst du mal an die anderen sachen denken die du dadurch vielleicht vergessen hast oder liegen gelassen hast das ist wirklich so eine ansage an dich selbst als ob du so vor dich hin murmelst und sagst man kann doch nicht wahr sein ich wollte doch das machen oder oder nee ich muss jetzt mal ich muss mich einfach zusammenreißen und muss jetzt dadurch ja schon fast unaufhaltbar unaufhaltbar du musst dir selber so ein bisschen in den popo treten jetzt nicht sagen arsch ist ja so sonst mein jargon aber unaufhaltbar sein ja unaufhaltbar sein und schon fast bremse dich hier nicht ja hier da hier kann hier nichts passieren hier darf dir nichts passieren wollte schon zuerst raus hier darf dir nichts passieren hier wird dir nichts passieren gib hier so ein bisschen stürmischer gas ja um vielleicht diese ganzen sachen die liegen geblieben sind durch die erwartungen von vorne weg die wieder aufzuholen ja dass du so ein level für dich einfach findest okay jetzt kann ich wieder eine lümmel phase machen oder bis dahin kommen sogar dann eben deine erwartungen hier rein ja aber das scheint dich so ein bisschen zu blocken in diesem prozess wir gehen zum schluss noch mit einer seelenkarte rein ich denke das reicht dann für heute total ist ja auch mal schön wenn eine kurze nachricht kommt sind die meisten nicht so überfordert mit eine seelen map vor die schnittkanten der gipfel des glücks ihr habt eine meisterzahl 33 bleibt die herrscherin mit leichtigkeit ja ihr habt eine energie der herrscherin auch wenn du ein mann bist mit einer leichtigkeit mehr vertrauen für dich nicht so in das sachliche strukturierte sondern hab mal vertrauen das was du machst hast du gemacht ist nicht mehr zurück zu denken wenn also wenn ihr frauen seid natürlich erst recht ja aber es ist eine weichere energie du weißt wie du dich immer wieder handeln kannst ja oder wie du immer wieder zurückkommst zum boden der tatsachen das ist nicht so sehr streng sondern du hast hier mehr glauben mehr vertrauen wenn du diese sachen durch ziehst die herrscherin leichtigkeit vertrauen ja vertrauen für dich vertrauen für diese situation ich habe das gefühl meine zuge wird immer schwerer denken die gleich wieder du bist eine schlange nein aber habt vertrauen für dich egal was ja egal wie ob das mit deinem glauben zu tun hat oder ob du gewisse rituale auch hier hast menschen dir bestätigen dass du dufte bist ja dass du in ordnung bist wie du bist dass dich die menschen um dich herum wertschätzen und vielleicht von deinem kummer nichts mitbekommen wollen in anführungsstrichen sondern diese person wieder zurück haben möchten die sie kennen ja die dir auch besser steht ich meine du wirst immer jeder mensch sollte in entwicklung bleiben wünsche ich jedem dass man nicht stehen bleibt aber du kommst wieder in deine eigene ursprungskraft zurück so komplett mensch ich habe erkannt ich habe mir viel zu viel druck gemacht ich kann es doch eh nicht beschleunigen ja das worauf du wartest also ich finde das schön es ist eine sehr beruhigende botschaft also das was ich jetzt hier so vom impuls raus senden kann oder auch dir sagen kann ist es so wirklich lass mal den druck weg weil ihr kennt bestimmt dieses gefühl wenn man sich zu viel druck macht dann kommt es ja eh anders als man denkt ja und dann auch positiv positiv so und dann kommt da meistens immer diese überfreude habe ich gar nicht mit gerechnet hätte ich nicht mehr gedacht ja weil die erwartung einfach zurückgeschraubt wurde und umso intensiver kannst du dich nämlich auch darauf freuen ja oder du empfindest in dieser zeit etwas anderes für dich passendes was du in der erwartung im hocken im warten entschuldigung nie kennengelernt hättest oder auch nie durch diesen prozess angefasst hättest ja oder was weiß ich aber die energie scheint hier wirklich sehr günstig für dich zu liegen halte dich an dieses ja es ist alles getan du kannst haken hintersetzen für dich selbst mehr geht nicht und damit muss sich dein gegenüber du dich selbst abfinden und wenn da jetzt eben noch stationen dranhängen die etwas entscheiden dürfen müssen ja dann ist das so aber mach in der zeit wo du wartest oder noch keine bescheide hast von irgendwo mach in dieser zeit irgendwas anderes ja was produktives wo du sechster münzen einfach auch verstehst nutze diese zeit so dass dir der tag immer schnell vergangen vorkommt ja ich sag es immer wieder die anekdote wenn ich sag oder wo ich gesagt habe man verging der tag so schnell oder ging der tag schnell vorbei meine tochter so ja ist doch schön dann hattest du sehr viel gemacht oder dann warst du sehr produktiv ich so wo auch immer du den satz hergeholt hast finde ich klasse weil wenn man wirklich sagt wo der tag geht aber langsam vorbei dann merkt man ja schon hatte man lange weile was ist passiert dass man das so sagt ja mensch da ging aber was langsam vorbei dann ist ja meistens wirklich so wo habe ich mich gebremst ja warum vor allen dingen und das ist schön das geht so richtig flüssig mit ein und ich wünsche es jedem von euch dass ihr hier resonieren könnt oder teilweise auch versteht oder es mal versucht oder euch ertappt ja genau so da sitze ich drin ihr lieben ich danke euch für euer vertrauen dass ihr die videos immer zahlreich klickt sage tschüss ich habe vermehrt bekommen dass ich vielen geholfen habe und die sich natürlich auch verabschieden und ja ist doch das schönste dann weiß ich doch dass es wirklich sinn hat es ist doch wirklich das schönste wenn menschen diesen kanal verlassen und für sich entscheiden ich brauche das hier nicht mehr ich schaffe es alleine ja ihr habt es alleine geschafft aber ich meine ich habe das alleine weiter und konzentriere mich nicht mehr im bereich der karten nimmt mein verstand ein ja also mich freut es immer unheimlich auch wenn ich dadurch die abonnenten aber wieder verliere ist es das weil da kommen ja welche ja ich stelle mir das wie mit dem therapeuten vor das wäre eine schmach wenn niemand also wenn ich niemand entlassen darf ja das ist wie so eine lehrerin die so ihre grundschüler verlässt oder zu denen sagt alles gute auf der oberschule ja das ist doch schön so ein klingt vielleicht ein bisschen hohl aber es ist wie so ein übergeben ja so schön dass es geklappt hat für euch vereinzelt schön dass ihr erkannt habt dieser prozess ist vorbei ja und natürlich ist es auch schön wenn man die tagesbotschaften weiter guckt für sich aber wichtig ist dass man hier irgendwo nirgendwo mehr drin steckt ja jetzt fange ich schon an zu näseln ihr lieben tschüss und für jeden neuen herzlich willkommen schugung bleibt gesund ja das habe gerade überlegt welchen satz was ist wichtig bleibt gesund tschüssi bleibt gesund